Den ersten von drei Echen. Ja, lieber Musikverein Kürten, wir bedanken uns ganz herzlich für diese Nominierung. Das traf sich ganz gut, weil wir treffen uns eigentlich jeden Donnerstag hier in Kuhl. Deswegen, also wir scheuen ja auch kein Wetter. Grad hat es hier noch reingeblitzt, aber wir stehen noch alle. Wir können uns auch nicht mehr bewegen. Es passt jetzt gerade ganz gut. Wir bedanken uns. Wir nominieren für die nächste Runde das Glasorchester Uckerath, die Heimatkapelle Michelau und natürlich unsere Freunde aus Österreich, aus der Steilmarkt, die Grafen. Ja, und ich würde sagen, wir sind Weltmeister! Wir sind Königin! Wir sind Bürgermeister! Und weil wir Bürgermeister sind, spielen wir für euch den Bürgermeistermarsch. Viel Spaß! Wir sind Bürgermeister! Wir sind Bürgermeister! Wir sind Bürgermeister! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018